so leute herzlich willkommen zu einem neuen video von mir und ich wollte euch einmal zeigen wie ich meine notizen schreibe und hier seht ihr sie gleich so leute das ist mein blog was ich in der dritten hasch verwendet habe dann habe ich zu den achten noch hier in der schublade drin aber den zeige ich in einem anderen video also das ist ein college blog von mir zum beispiel hier ist eine to do liste und hier sind noch so zettel für an war für naturwissenschaft hier sind und hier sind zum beispiel die buchführungsgrenzen wir sehen können für englisch muss ich doch ganz genau gut bearbeiten lehrer zettel blanco zettel bw also rechnungswesens zettel also das war für die projektarbeit dass da kann ich auch ein to do liste zettel drauf machen und das ist meine recht folie eine klasse folie für euch meine ganzen notizen für recht habe für juss sage ich ja mal dazu das zeige ich euch irgendwann einem externen video und ja sonst gibt es hier den ganzen schule und unternehmensführung in betriebswirtschaft und ja das war es noch mal jetzt kurz und und fragebögen die fragebögen werde ich irgendwie mal irgendwo mal auf einer website irgendwo mal auf einer website stellen da könnt ihr euch dann anschauen da ich nicht so viel speicher habe und mein handy entlernen muss war es das ist gerade mit dem video ich habe noch 45 minuten aber ich wollte euch nicht so lange nerven mit dem schulzeug also ja das war mein video jetzt kommt auch das gut davor kommt das große video das könnt ihr euch unten anschauen und ja also bis dann tschüss hier ja 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 Vielen Dank.